Ich lese häufiger mal in den Kommentaren unter meinen Videos, das Original war besser oder vorher fand ich es schöner. Das nehme ich sehr ernst und ich habe daraus gelernt. Also dieses Video ist für euch. Zunächst habe ich den Stuhl nicht gründlich gereinigt. Und danach habe ich das kaputte Geflecht auf der Sitzfläche nicht entfernt. Was ich hier anmische, ist die Lieblingsfarbe der Möbel im Original-Liebhaber. Ist die nicht toll? Und die trage ich jetzt großflächig auf. Insgesamt habe ich dafür keine zwei bis drei Anstriche benötigt. Nach dem Anstrich hätte man einen neuen Möbelstoff oder neues Geflecht anbringen können, das habe ich aber nicht. Zur Erinnerung, so sah der Stuhl vorher aus und so sieht er jetzt aus. Absolut nichts hat sich verändert und er ist noch im Originalzustand. Ich persönlich finde, er sieht noch genauso hässlich aus wie vorher, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.